Musik Die Berwanger Bergbahnen haben in den letzten zwei Jahren viel investiert und das Skigebiet wurde gekräftet erneuert. Bei mir zu Gast im Studio ist Florian Singer, er ist Geschäftsführer der Berwanger Bergbahnen, Touristiker und Hotelier. Zunächst einmal grüß Gott und danke fürs Vorbeikommen. Danke für die Einladung, ich freue mich da zu sein. Herr Singer, das Skigebiet Berwanger, man hat es gehört, kräftig investiert, Erneuerungen rundum. Was war eigentlich ausschlaggebend? Ja, wir sind ein Tourismusort und vor allem ein Skiort seit den späten 40er Jahren und waren hier sicherlich lange Zeit voraus. Und über die letzten Jahrzehnte sind wir doch mit unseren doch immer älter werdenden Skiliften etwas ins Hintertreffen gekommen. Ausschlaggebend schlussendlich war dann für uns, dass wir aus den vielen Skiliftgesellschaften schlussendlich eine machen konnten, die verbleibenden anderen übernehmen konnten und somit mit einer Stimme sprechen können und dem Gast dann auch das Skigebiet erneuern. Hinkefuß war speziell am Tanella der Kurven-Schlepplift aus den späten 60er Jahren, der immer wieder für Unmut gesorgt hat mit langen Schlangen. Schleppliftfahren halt auch noch etwas in die Jahre gekommen ist. Und für uns war einfach ganz wichtig, dass wir wieder vorne dabei sind als Tourismusort und hier natürlich auch mit unseren Skiliften modernisieren. Und das war unser Ziel, das Skigebiet Bärwang, speziell am Berg Tanella zu modernisieren, zu attraktivieren, um wieder für unseren Gästen höchstmöglichen Komfort bieten zu können. Was konkret wurde erst alles gemacht? Letztes Jahr haben wir gemeinsam mit zwei anderen Partnern, der Skischule Bärwang und einem Sportgeschäft, das Be-Aktiv-Center gebaut, direkt am Skischulsammelplatz, an einem zentralen Punkt, wo es einerseits mit dem Eckhoff-Sunset, einem kindersicheren Sechser-Lift, in den einen Teil des Skigebiets geht und mit der oberen Karbahn jetzt in das andere Skigebiet, Tanella geht. Das Be-Aktiv-Center als zentraler Willkommenspunkt für die Gäste parken, Skiticket kaufen, Skiausleihen, Skikuss buchen und direkt auf die Piste gehen. Direkt hinter dem Be-Aktiv-Center eigentlich das Herzstück von unserer Erneuerung, die obere Karbahn, die in zwei Sektionen als Zehnergondelbahn errichtet wird. Die erste Sektion haben wir letztes Jahr bis Dezember erfolgreich fertiggestellt und hat unsere Gäste letzten Winter schon wirklich begeistert. Die zweite Sektion folgt dann in der Zukunft auf 1700 Meter hinauf. In zwei Sektionen deshalb gebaut, dass der schwache Skifahrer, der Anfänger, die Kinder, die Skikuse bei der Hälfte aussteigen können, die einfachen Pisten zum Üben und zum Lernen verwenden können und der gute Skifahrer soll sitzen bleiben in seiner Gondel und hinauffahren und von dort die schwarze und die rote Abfahrt hinunter fahren. Gebaut wurde jetzt die erste Sektion. Heuer haben wir uns dann entschieden, statt der zweiten Sektion, weil wir genau beobachtet haben, was unsere Klientel möchte, was unsere Gäste sind, dass es am Schlepplift nach wie vor zur großen Schlange gekommen ist, haben wir den Sechser-Sessellift, den kindersicheren Sechser-Sessellift-Tanella-Bahn vorgezogen und haben uns im Frühling dazu entschlossen, diesen heuer zu errichten. Wir sind in der Schlussphase und werden Mitte Dezember hoffentlich dann die Abnahme haben. Und der Danella-Lift, der neue, der hat ganz was Besonderes. Das ist ein kindersicherer Lift mit einem Autolock-Sessel. Das heißt, der Sessel verschließt automatisch und darf die Station nicht verlassen, wenn er nicht eingerastet ist. Das verhindert wirklich jegliches Herausfallen bei allen Beteiligten, speziell natürlich bei den Kindern. Und ziemlich einzigartig, aber speziell im Außerferner sind wir die Ersten mit einem hebbaren Förderband. Wenn man zum Portionierer kommt, erkennt das System den kleinsten Passagier und hebt das Förderband um bis zu 15 cm an. Somit können auch die kleinen Knirpse dann leicht einsteigen und haben den Sessel nicht im Rücken, sondern schon in den Beinen bzw. beim Knie und können so einen sicheren Transport für Kinder ab 90 cm Größe erreichen. Und das ist sicherlich für die Eltern eine Beruhigung und für die Kleinen ein großer Spaß. Das heißt, familiensicherer geht es nicht mehr? Nein. Aber speziell jetzt, was den Danella-Lift betrifft, bei der Mittelstation, auch da wird derzeit Kräfte gebaut noch? Da kommt jetzt die Bergstation von der Danella-Bahn hin. Letztes Jahr ist die Mittelstation von der Oberen Kapanen gebaut worden. Es ist ein Plateau geschaffen worden, wo diese zwei Bahnen sich treffen. Später dann die zweite Sektion hinauf geht auf die 1700 Meter Seehöhe. Und dort wollen wir auch in absehbarer Zeit dann ein Bergrestaurant hinbauen, um unsere Gäste auch kulinarisch bestens zu verwirken. Aber das wird heuer im Winter nicht mehr geschehen? Unser Ziel war, alle Vorhaben am Berg Danella bis 2025 abzuschließen. Und an dem halten wir noch fest. Und da wird noch was geplant in der Schihe Rainer Bairwang? Ja, wir planen parallel zur neuen Danella-Bahn einen kleinen Zauberteppich noch für die ganz kleinen Kinder. Eine Förderbahn, wo jeder Mann zugänglich ist und sich draufstellen kann und ein paar Höhenmeter überwinden kann. Und dort die ersten Versuche im Schnee zu machen, bevor es dann auf den Sessel-Lift geht. Das ist speziell für Anfänger, Eltern mit ganz kleinen Kindern, die zum ersten Mal ein bisschen umeinanderrutschen wollen, eine super Sache. Und das direkt neben dem Parkplatz und direkt neben der Danella-Bahn sicherlich zum Start in ein Skileben bestens geeignet. Und ein weiteres Projekt ist ja heuer im Frühjahr dazukommen, der sogenannte RASKOPF. RASKOPF war noch nicht in unserer Skilift-Gesellschaft integriert, konnten wir diesen Frühling erfolgreich dann bei uns übernehmen. Und zählt jetzt auch zu den Bergbahnen in Bairwang. Somit ist eigentlich das gesamte Skilift-Geschehen bis auf einen kleinen Schlepplift in unserer Hand. Und das Ziel ist sicherlich dort, es ist ein toller Berg zum Skifahren, es ist ein steiler Nothang, es ist für einen guten Skifahrer wirklich ausreichend Möglichkeiten gegeben. Aber er hat keine Beschneiungsanlage, das heißt im schneearmen Winter kränkelt er etwas und das Ziel ist es in absehbarer Zeit dort auch eine Beschneiungsanlage zu errichten. Gibt es sonst noch etwas, was man sich für Zukunftsperspektiven in den Kopf gesetzt hat, was das Skigebiet betrifft? Wie angesprochen, jetzt die Erneuerung am Tanella, die Berggastronomie und Beschneiung am RASKOPFLift ist für den Winter einmal das meiste abgedeckt. Für den Sommer sind wir seit einiger Zeit dran an unserem Sommererlebnis, dem Almerlebnis auf dem Almkopf zu kreieren, um unsere beiden Bahnen, Sonnenbahn und Almkopfbahn, die diesen Punkt gemeinsam anfahren, gut auszulasten und da dem Gast einfach viel Vergnügen und mehr Erlebnis am Berg bieten zu können. Und die Bauphase wird wann abgeschlossen sein? Wir wollen unsere Vorhaben bis 2025 umgesetzt haben. Also ich weiß, man spricht nicht gerne über das Geld, aber trotzdem würde uns interessieren, mit welcher Summe wurden da investiert, darauf werden investiert. Also insgesamt reden wir auf jeden Fall von weit über 20 Millionen Euro. Noch eine Besonderheit hat das Skigebiet Bärwang und zwar speziell jetzt in Zeiten des Klimaschutzes, des Klimawandels, also man hat die Möglichkeit, man kann sogar das Skigebiet bei Bahn ganz bequem anreisen. Wir sind eines der wenigen Skigebiete in Tirol und in Österreich, die eine eigene Haltestelle der Bahn direkt neben einer Talstation haben. Die Außerfernbahn mit der Bedarfshaltestelle Almkopfbahn fährt direkt in Bichlbach vorbei. Und so kann man bequem im Zug anreisen, geht ein paar Meter, steigt in unsere Kombibahn, Almkopfbahn ein, in die Achtergondel oder Sechstersessel und kann dort in unser Skigebiet einsteigen. Und das Gleiche natürlich auch retour auf dem Heimweg. Eine super Sache, speziell wenn viel Verkehr auf der Straße ist, ist die Bahn doch eine klimafreundliche und bequeme Anreise in ein Skigebiet. Welche Publikums- oder Urlauberschicht möchte man jetzt speziell ansprechen? Gibt es da irgendwie Überlegungen? Wir sind immer schon ein Familienskigebiet gewesen, wo jeder auf seine Kosten kommen soll. Natürlich sind wir für Kinder und Anfänger sehr gut geeignet und Familienskigast aus nah und fern. Sei das der Tagesgast aus dem Bezirk Reute, aus dem benachbarten deutschen Allgäu oder auch natürlich unsere Gäste aus nah und fern, die dann auch bei uns übernachten. Und speziell jetzt in Zeiten der Pandemie, also wir befinden uns gerade wieder in einem sogenannten Lockdown-Light. Ich kann mir vorstellen, ich habe es da euch auch schon Gedanken jetzt auf die kommende Wintersaison gemacht, beziehungsweise Maßnahmen, was zur Sicherheit betrifft, beziehungsweise zur Infektionsgefahr einzudämmen. Klarerweise, wir befolgen die Anforderungen des Gesundheitsministeriums. Wir gelten als öffentlicher Nahverkehr und Abstand und Maske ist sicherlich die beste Möglichkeit, sich hier nicht anzustecken. Wir haben natürlich einen klaren Leitfaden, auch auf unserer Homepage, wo genau angeführt ist, wie die Verhaltensregeln zu sein haben. Klarerweise ist Skifahren an der frischen Luft schadet sicherlich niemandem. Es geht um die Beförderung in den Aufstiegshilfen. Wir können nur das befolgen, was man uns auch vorgibt und können nur auch sagen, dass wir uns schon auf den Winter freuen, wenn wir wieder aufsperren können und unsere Gäste sicher transportieren. Klarerweise, die Konzepte, die stehen. Wenn sie sich ändern, werden wir uns auch wieder daran anpassen. Wir haben jetzt letzte Woche ein Gespräch mit dem Abmann des Tourismusverbandes Lechtal geführt. Sie sind ja unter anderem auch Touristiker und im Vorstand als Abmann-Stellvertreter in der Zugspitzer-Arena tätig. Die Sommersaison jetzt, wie ist die verlaufen in der Zugspitzer-Arena? Die Sommersaison war durch die Betriebsschließungen und noch nicht erfolgten Grenzöffnungen im Frühling deutlich kürzer. Durch die Reisewarnungen im Herbst auch wieder hier deutlich kürzer. Aber in der Zeit, wo wir offen gehabt haben, wurde doch ein zufriedenstellendes Geschäft abgewickelt. Es war natürlich ein Minus, aber auf die Öffenhaltedauer beschränkt, muss man sagen, ist es besser gelaufen wie erwartet. Was toll war, ist, dass die Gäste länger geblieben sind als wie sonst im Durchschnitt. Und die Gäste unglaublich glücklich waren und zufrieden waren, dass sie in Urlaub fahren konnten. Wir konnten viele Gäste auch überzeugen, dass Urlaub in den Bergen auch im Sommer hochattraktiv ist. Wir konnten Gäste aus dem Winter in den Sommer bekommen. Und diese Zufriedenheit bei den Gästen zu sehen, war einfach sehr schön und hoffen, dass wir das bald wieder machen dürfen. Wenn man heute so mit den Touristikern hier im Bezirk spricht, also man stellt immer fest, der Sommertourismus fängt immer an, mehr zu boomen. Wie schaut das bei euch aus? Auch in der Zugspitzer-Arena steigen die Zahlen im Sommer. Der Sommer ist natürlich auch die längere Saison. Und es gibt einen klaren Wandel, dass wieder Urlaub in den Bergen in ist, dass sich der Gast auch im Nahbereich erholen will, dass es nicht nur die Fernreisen sind. Und auch diesen Trend können wir bestätigen. Ich kann mir vorstellen, auch innerhalb des Tourismusverbandes Tiroler Zugspitz-Arena hat man sich Gedanken gemacht über die zukünftige Entwicklung, speziell in Corona-Zeiten. Wie schaut es da aus? Will man da speziell vorgehen jetzt? Es ist ganz schwierig, da zu sagen, was sein wird und was kommen wird. Im Moment sind die Betriebe behördlich geschlossen. Im Moment gibt es Reisewarnungen von allen unseren wichtigen Kernmärkten. Und wir hoffen alle sehr, dass wir Mitte Dezember wieder aufsperren können. Aber da können wir nur reagieren und nicht agieren. Wir können sagen, wir haben in unseren Betrieben, Hotels, Vermieter und Gastronomie im Sommer gezeigt, dass wir sehr gute Konzepte haben, dass wir Abstand, Maske, Hygienekonzepte gut umsetzen können, dass die Gäste sicher sind bei uns, dass sie sich auch sicher fühlen, dass hier sehr wenige Ansteckungen bis keine Ansteckungen passieren. Und somit hoffen wir einfach sehr, dass die Infektionszahlen so runterkommen, dass wieder die Betriebe aufsperren dürfen und auch, dass die Reisewarnungen aufgehoben werden. Sie sind ja selber auch Hotelierbetreiber, ein erfolgreiches Hotel in Bärwang mit Corona. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie hat Sie das betroffen? Deutlich kürzere Saisonen, aber natürlich viele Gedanken gemacht über eben besagte Hygienekonzepte, Abstandskonzepte. Und wie ich zuerst schon gesagt habe, es ist wirklich zum Umsetzen, man kann es machen. Die Gäste sind unglaublich dankbar, wenn man wegfahren kann. Natürlich haben gewisse Gäste auch Bedenken und Befürchtungen, aber die kann man entnehmen. Und ich würde sagen, die Hotellerie ist gerüstet für eine weitere Saison, um den Gast auch einen sicheren Urlaub bereiten zu können. Auf jeden Fall sind natürlich auch solche Umsetzungen, sprich Hygiene und Vorsichtsmaßnahmen, auch natürlich mit einem großen finanziellen Aufwand verbunden. Sprich Trennwenden etc. Jein, es gibt auch einfache Maßnahmen, die umzusetzen sind. Aber natürlich, es sind sämtliche Konzepte, muss man sich durchüberlegen. Es sind oft aufwendiger, vor allem in der Mitarbeiterplanung. Aber wenn wir wieder Gäste begrüßen dürfen, dann ist es das allemal wert. Inwieweit ist euch jetzt den Touristikern und Hotellieren die Politik hingegen gekommen? Wie gesagt, wir können reagieren. Es gab die verschiedenen Modelle von Unterstützungen, wobei natürlich einiges noch nicht angekommen ist. Die Entschädigungen laut Epidemiegesetz vom Frühling sind noch bei keinem Betrieb angekommen. Das wäre schon einmal sehr hilfreich. Und andererseits gewisse Modelle wie Kurzarbeit, das hat sehr gut funktioniert. Das Beste ist mir, wir dürfen wieder aufsperren. Dann brauchen wir das alles nicht. Wünsche für die Zukunft spezielle... Wünsche einen schneereichen Winter mit trotzdem ausreichend Sonnentagen. Dass wir alle gesund bleiben. Und dass wir hoffentlich das Thema Pandemie bald beendet haben. Und wir wieder normal weiter wirtschaften können. Mit viel Freude für den Gast und für den Skigast natürlich auch. Soweit mein heutiger Studiogast, der Florian Singer. Er ist Geschäftsführer der Bergbahn am Bärwagen, Touristiker und auch Atelier. Ich bedanke mich, Herr Singer, bei Ihnen fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die kommende Wintersaison. Werden wir brauchen. Und Ihnen zu Hause alles Gute. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederschauen und Servus.